Heute für euch, warum Lord Voldemort Horace Slughorn am Leben ließ. Das und mehr, jetzt in diesem Video. Hat sich jemals jemand gefragt, warum Voldemort Horace Slughorn am Leben gelassen hat, obwohl er der einzige war, der wirklich das Geheimnis des dunklen Lords über seine Absicht, einen Horcrux zu erschaffen kannte? Tom hatte Slughorn davon überzeugt, dass er die einzige Person war, mit der er reden konnte, da er so ein verständnisvoller Lehrer war. Slughorn suchte das Lob des jungen Tom in der Hoffnung, eines Tages belohnt zu werden, nachdem Tom eine erfolgreiche Karriere genossen hatte. Er genoss die Aufmerksamkeit, die er von dem Jungen erhielt, der der größte Zauberer seiner Zeit werden würde. Aber wir müssen noch einmal auf das Gespräch mit dem Professor für Zaubertränke zurückkommen, um den Prozess der Horcrux-Erschaffung zu enträtseln. Ich denke, viele von uns sind sich einig, dass Voldemort die Tatsache verbergen wollte, dass er Horcruxe erschaffen hat. Es war ein großes Geheimnis und etwas, von dem niemand erfahren sollte. Aufgrund der Tatsache, dass Horcruxe so selten diskutiert wurden, und damit meine ich wirklich selten, nicht einmal Elbe Stumbledore hatte die Bücher mit den Informationen über das dunkle Ritual in der Bibliothek gelassen. Selbst wenn wir zu diesem Zeitpunkt vorspulen, als Voldemort erkannte, dass Harry von seinen Horcruxen wusste, hat er nicht innegehalten und gedacht, oh ja, ich hatte dieses Gespräch mit Horace Slughorn vor über 50 Jahren. Ich werde ihn einfach töten, um sicherzustellen, dass er schweigt. Es ist nicht so, dass Slughorn es nicht erwartet hätte, dass Voldemort ihn tötet. Er hatte diese Erinnerung nicht nur aus Scham zurückgehalten, sondern auch aus Angst davor, dass der Dunkellord kommt und mit ihm die Erinnerung entreißt oder sogar entdeckt, dass die Erinnerung bereits manipuliert worden war. Und durch ein Wunder hätte Slughorn ihm gegenüber irgendwie loyal sein können, wenn er überhaupt die Erinnerungen verändert hat. Das ist seine Wahrheit in dieser Angelegenheit. Dennoch ließ Voldemort Slughorn all die Jahre am Leben. In den 50er, 60er und 70er Jahren kam er nie zu ihm, obwohl der Professor buchstäblich der Einzige war, der richtig annahm, dass seine unübertroffene Macht auf die Tatsache zurückzuführen war, dass er einen Horcrux erschaffen hat. Um ehrlich zu sein, es war nicht nur eine kurze Unterhaltung zwischen den beiden. Es war ziemlich detailliert. Lasst uns einfach einen Blick auf das Gespräch werfen und lesen wir es komplett durch. Ich fange ganz am Anfang an, damit du ein gutes Verständnis für die Beziehung zwischen dem Lehrer und dem Schüler erhältst. Es ist viel detaillierter als im Film, also fangen wir an am Ende des letzten Slug Club Treffens. Mit deiner unheimlichen Fähigkeit, Dinge zu wissen, die du nicht wissen solltest und deinen vorsichtigen Schmeicheleien gegenüber wichtigen Leuten. Übrigens, danke für die Ananas. Du hast recht, es ist meine Lieblingssorte. Ich erwarte, dass du in 15 bis 20 Jahren Zaubereiminister sein wirst, wenn du mir weiterhin Ananas schickst. Ich habe ausgezeichnete Kontakte im Ministerium. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Politik etwas für mich wäre, Sir. Ich habe nicht den richtigen Hintergrund für eine solche Sache. Blödsinn. Es könnte nicht deutlicher sein. Du kommst aus einer anständigen Zaubererfamilie, Tom. Fähigkeiten wie deine. Nein, du wirst es weit bringen, Tom. Ich habe mich noch nie in einem Schüler geirrt. Ihr solltet lieber losgehen, Jungs, sonst kriegen wir alle Ärger mit dem Hausmeister. Lestrange, ich will deinen Aufsatz bis morgen. Oder es gibt Nachsitzen. Das gleiche gilt für dich, Avery. Pass auf, Tom. Ihr wollt nicht außerhalb des Bettes erwischt werden, außerhalb der Unterrichtszeit. Und du bist ein Vertrauensschüler. Also, ich wollte sie noch etwas fragen. Frag ruhig, mein Junge, frag ruhig. Sir, ich habe mich gefragt, was sie über Horcruxe denken. Das Projekt zur Verteidigung gegen die dunklen Künste ist es. Hm, nicht direkt, Sir. Ich bin beim Lesen auf den Begriff gestoßen und habe ihn nicht ganz verstanden. Nein, nun, es wäre schwierig, in Hogwarts ein Buch zu finden, das Details über Horcruxe enthält. Das ist sehr dunkles Zeug. Sogar sehr dunkel. Aber du weißt offensichtlich alles darüber. Sir, ich meine, als Zauberer wie sie. Tut mir leid, ich meine, wenn sie es mir nicht sagen können. Ich wusste nur, wenn es jemand kann, also dachte ich, ich würde es ihnen sagen. Nun, es kann nicht schaden, ihnen einen Überblick zu geben, damit sie den Begriff Horcrux verstehen. Ein Horcrux ist ein Objekt, in dem eine Person einen Teil ihrer Seele versteckt hat. Ich verstehe nicht ganz, wie das funktioniert. Obwohl, Sir, sie spucken ihre Seele aus und verstecken einen Teil von ihr in einem Objekt außerhalb des Körpers? Dann kann man nicht sterben. Selbst wenn der Körper angegriffen oder zerstört wird, kann man nicht sterben. Bevor nicht ein Teil der Seele zerstört wird, der erdgebunden und unbeschädigt ist. Und wie spaltet man seine Seele, Sir? Nun, sie müssen verstehen, dass die Seele intakt und ganz bleiben soll. Sie zu spalten ist ein Akt der Verletzung. Es ist gegen die Natur. Aber wie kann man das tun? Durch einen Akt des Bösen wird die Seele auseinandergerissen. Der höchste Akt des Bösen ist das Begehen von Mord. Töten reißt die Seele auseinander. Es gibt die Absicht, einen Horcrux zu erschaffen. Einen Horcrux zu erschaffen würde den Schaden zu seinem Vorteil nutzen. Er würde den zerrissenen Teil einhüllen. Aber wie? Es gibt einen Zauber. Frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Sehe ich aus, als hätte ich es versucht? Sehe ich aus wie ein Mörder? Nein, Sir, natürlich nicht. Es tut mir leid. Ich wollte sie nicht beleidigen. Überhaupt nicht. Es ist natürlich, dass man eine gewisse Neugier verspürt. Ich fühlte mich schon immer zu diesem Aspekt der Magie hingezogen. Ja, Sir. Was ich allerdings nicht verstehe, nur aus Neugierde meine ich, kann man seine Seele nur einmal spalten? Wäre es nicht besser, dich stärker zu machen, wenn man seine Seele in mehreren Teilen hat? Ich meine zum Beispiel, ist nicht 7 die mächtigste magische Zahl? Bei Merlin Spartom, 7. Ist es nicht schlimm genug, darüber nachzudenken, einen Menschen zu töten? Und auf jeden Fall schlimm genug, die Seele zu teilen, aber sie in 7 Stücke zu reißen? Natürlich, das ist alles hypothetisch, was wir hier besprechen, oder? Alles rein akademische Natur. Ja, natürlich. Aber trotzdem, behalten sie es für sich, was ich gesagt habe. Also, was wir besprochen haben. Die Leute würden nicht gerne glauben, dass wir über Horcruxe geplaudert haben. Das ist ein verbotenes Thema in Hogwarts. Ihr wisst, dass Dumbledore besonders hartnäckig ist, wenn es darum geht. Ich werde kein Wort sagen, Sir. Wie ich schon sagte, das Gespräch im Buch unterscheidet sich sehr von dem im Film. Slughorn wusste, was er getan hatte. Er wusste innerlich, dass dieses Gespräch in gewissem Maße schädlich sein würde. Er hatte gerade einem psychopathischen, labilen Jungen gesagt, dass er um für immer zu leben Menschen töten müsse. Und letzteres genoss er sehr. Dies war das erste Mal, dass Slughorn Toms Maske durchschaut hatte, sich aber trotzdem weigerte zu glauben, dass ein so großer Schüler wie der junge Riddle so etwas tun würde. Ich habe lange darüber nachgedacht und ich habe es auf zwei Gründe eingegrenzt, warum Voldemort Horace Slughorn am Leben ließ. Der erste Grund ist, dass er ihn einfach vergessen hat. Vergiss nicht, das Gespräch ist schon über 50 Jahre her. Jahre sind seit dem Gespräch vergangen, aber selbst 10 Jahre danach, 20 oder 30 Jahre danach, war Voldemort immer noch darauf konzentriert, Macht zu erlangen und eine solche Dominanz zu erreichen, dass er einen alten Mann einfach in Ruhe ließ, denke ich. Er war sich auch bewusst, dass Slughorn niemals Informationen preisgeben würde, die Riddle in Gefahr bringen würden. Der zweite Grund, und ich glaube tatsächlich, dass das die Wahrheit beinhaltet, ist die Tatsache, dass Slughorn die erste Person war, der Tom jemals echte Loyalität gezeigt hat. Er schätzte ihn als Schüler und glaubte wirklich, dass er wundersame und bedeutsame Dinge erreichen würde. Man muss nur zum Gespräch zurückgehen, um zu sehen, dass Slughorn Voldemort vor allem das Wissen, um einen Horcrux zu erschaffen und Unsterblichkeit zu erlangen, offenbarte. Ungeachtet der tyrannischen Regeln des Dunklen Lords und wie leicht das menschliche Leben entbehrlich war, belohnte er Slughorn, indem er ihn am Leben ließ. In der richtigen Annahme, dass Slughorn ihn nicht verraten würde, da der Professor die Erinnerung bearbeitete, um die Situation zu vertuschen. Nachdem das gesagt wurde, ist das meine Ansicht, warum Voldemort Horace Slughorn wirklich am Leben ließ. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, auch wenn ihr anderer Meinung seid. Und das war's für dieses Video. Falls dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Like und einen Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.